Hallo Leute, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und heute soll es darum gehen, wie wir die Impulse RC Apex mit dem FATEC G4 Flight Controller auf die neue FATEC Alpha Firmware updaten. Das ist eine Firmware komplett losgelöst von KISS und am Ende vom Video werden wir das Ganze natürlich auch testfliegen und schauen wie das Ganze jetzt in diesem Alpha Stadium von Alpha 0.7 glaube ich ist das schon fliegen. Viel Spaß. Ganz wichtige Info vorab, es handelt sich hierbei wie schon gesagt um eine Alpha Firmware, das heißt ganz early im Development und dementsprechend ganz wichtig, nehmt die Propeller ab, bevor ihr irgendwas an dieser Firmware rumspielt. Bevor ihr das Quad an den PC ansteckt, nehmt die Propeller runter. Dann testet alles ohne die Propeller. Heißt auch wenn ihr nachher fertig seid mit den Einstellungen, verbindet das Ganze mit eurer Funke und schaut ob die ganzen Stick Inputs auch wirklich das tun, was sie tun sollen, ob die Motoren richtig reagieren. Alles ohne Propeller. Und wenn das alles funktioniert, dann geht raus auf ein leeres Feld am besten, wo ihr dann alles sicher testen könnt, ohne dass ihr irgendjemanden dabei gefährden könnt. Um die aktuellsten Updates zu dieser Alpha Firmware von Phatec zu bekommen, rate ich euch außerdem, kommt auf den Phatec Discord Server. Ich weiß leider nicht, ob ich den Link dafür einfach rausgeben darf, deswegen würde ich euch empfehlen, macht das so wie ich. Schreibt einfach dem Support, ob ihr auf den Server kommen könnt und die schicken euch im Normalfall einfach den Invite-Link dafür. Auf diesem Discord findet ihr außerdem die ganzen Hex-Files, die wir für die drei Firmware-Updates vom Flight Controller, ESC und OSD brauchen. Den Konfigurator gibt es momentan als Web-GUI und ihr findet den unter der Adresse gui.phatec.net. Dort klickt ihr dann auf FC-Configurator. Momentan unterstützt der Phatec G4, der Phatec F7 und der Phatec 35Amp All-in-One ESC diese Phatec-eigene Alpha-Firmware. Um nun mit dem Flash in der Firmware zu beginnen, schließt ihr den FC über den USB-Port an den PC an und drückt einmal den Reset-Button, um diesen in den Bootloader-Modus zu versetzen. Dies muss allerdings nur gemacht werden, sofern noch KISS auf dem Flight Controller installiert ist. Als nächstes drückt ihr auf Port öffnen und wählt in dem erscheinenden Fenster den COM-Port aus, an dem euer FC hängt. Wenn ihr nun auf den Firmware-Reiter klickt, öffnet sich ein kleines Warnungsfenster, welches uns darüber informiert, dass wir den Flight Controller nach dem Update einmal Power-Cycle müssen. Danach sucht der Konfigurator nach den verfügbaren Geräten. Hier seht ihr nun euren Flight Controller, in meinem Fall ist das der G4 und hier habt ihr außerdem die Möglichkeit, ein lokales File zum Flashen der Firmware auszuwählen. In meinem Download-Ordner habe ich hierfür schon das Firmware-File vom FED-Tag Discord-Server runtergeladen, da findet ihr immer die aktuellste Version. Wenn ihr das File ausgewählt habt, startet der Konfigurator auch direkt mit dem Updaten der Firmware und danach müssen wir, wie vorher in dieser kleinen Anzeige auch schon gesagt, den Flight Controller einmal Power-Cycle. Nach dem Power-Cycle geht es jetzt darum, die Firmware für das OSD zu updaten, dafür klickt ihr noch einmal auf Firmware. Und akzeptiert diese kleine Benachrichtigung, wartet bis die Geräte erkannt wurden und hier sollte jetzt auch das OSD angezeigt werden. Mit einem Klick auf Flash Local File könnt ihr nun das File für das OSD auswählen, auch das gibt es auf dem Discord-Server von FED-Tag. Nachdem das OSD-Firmware-Update durch ist, klickt ihr unten rechts einmal auf Exit Firmware-Mode und Power-Cycle einmal danach den Flight Controller, in dem ihr mit dem USB an und wieder absteckt und den Com-Pod neu auswählt. Um nun als letztes den 4-in-1 ESC abzudaten, schließt ihr erstmal eine Batterie an und klickt danach wieder auf Firmware und bestätigt das Ganze einmal. Jetzt mit angeschlossener Batterie sollten hier auch die ESCs auftauchen und ihr könnt hier das eurem ESC entsprechende Firmware-File auswählen und das Ganze einmal drauf flashen. Auch diese findet ihr natürlich auf dem FED-Tag Discord-Server. Nach dem ESC-Firmware-Update klickt ihr einmal auf Exit Firmware-Mode und Power-Cycle den Flight Controller danach, in dem ihr die Batterie absteckt und den USB-Stecker einmal aus- und wieder einsteckt. Danach könnt ihr euch wieder mit dem Com-Pod verbinden. Und nun kann es ans Einrichten gehen. Im PID-Tab könnt ihr natürlich die ganzen PID-Werte ändern für alle drei Achsen. Hier zu sehen jetzt sind natürlich die Standardwerte, so wie das kommt, wenn ihr den Flight Controller auf die Alpha-Firmware patcht. Übernehmt hier am besten nicht irgendwie die Settings aus der KISS-Firmware, weil hier der PID-Controller einfach ein bisschen anders läuft. Um das Ganze zu tunen, empfiehlt Felix Niesner auf dem Discord, dass man die I und die Werte in so 20% Schritten nach oben schraubt, bis der Copter leicht anfängt zu oszillieren und dann ein bisschen die Werte wieder nach unten regelt zu einem Wert, wo das Ganze nicht oszilliert. Auch für die Rates benutzt FAT-Tag hier eine andere Kurvenberechnung. Das heißt, wenn ihr eure Rates von KISS oder Betaflight übernehmen wollt, dann gibt es auf dieser GUI.FAT-Tag.net Seite oben rechts einen Link zu der Umrechnungsseite, wo man die Rates eben von Betaflight, KISS etc. pp. auf die neuen FAT-Tag-Rates umwandeln kann und da schauen kann, wie man am ehesten hier die Rates so hinkriegt, wie man will. Und was ich hier gemacht habe, ist, dass ich die beiden anderen eben auf Null gesetzt habe, damit ich die Kurve an genau das anpassen kann, was ich davor in KISS hatte. Und eben versuche, das Ganze so gut wie möglich zu imitieren hier, indem ich die KISS-Rates erstmal genauso einstelle, wie ich sie davor hatte. Und dann eben mit den zwei Regeln von der FAT-Tag-Rate versuche, annähernd an diese Kurve ranzukommen. Der erste Wert hier bezieht sich auf die maximale Drehgeschwindigkeit sozusagen. Das heißt, ich gebe hier einfach direkt 510 ein, weil das quasi dem Wert entspricht, den ich maximal bei KISS hatte. Und jetzt schaue ich, dass mit der Expo die Kurve hier annähernd auf denselben Wert kommt. Und diese zwei Werte trage ich dann einfach hier in der Your-Rate und der Your-Expo ein. Und damit habe ich meine Rates eingestellt. Und dann speichere ich das Ganze einmal. Das Ganze entspricht natürlich nicht zu 100% euren Rates, aber es sollte relativ nah daran kommen. Im Tuning-Reiter können wir die ganzen TPA, also Throttle Position Attenuation Settings für P und D vornehmen. Außerdem den Setpoint, den ich jetzt hier noch nicht verändere, aber wie davor auch in KISS auf 0,79 später gesetzt habe. Außerdem so ein paar Filter Settings und ganz unten eine ganz neue Option, die Frame Strength. Je stabiler der Frame ist, desto höher hier das Setting einstellen. Das verändert einfach so ein paar Filter Settings intern und soll wohl ganz gut funktionieren. Dann gehe ich weiter zum VTX-Setup, wähle hier bei VTX-Type Smart Audio aus und gebe mein Raceband 4 als Channel ein. Und dann, was ich als nächstes mache, ist noch den Pit-Mode-Channel festlegen. Das ist in meinem Fall der AUX4-Channel, den ich, keine Ahnung wieso das High da verschwunden ist, auf die High Position gesetzt habe, damit ich eben einen Pit-Mode-Schalter habe. Dann skippe ich erstmal das OSD-Setup und gehe direkt zum RC-Setup. Hier kann man zum einen den Channel Map auswählen, ob man quasi Tear oder irgendeine andere Reihenfolge von Throttle und so weiter benutzen will. Außerdem kann man hier dann die Arm Channel Positions festlegen. Level und Beeper funktionieren momentan noch nicht. Die sind deswegen auch mit so einem Sternchen markiert, aber ich stelle sie trotzdem mal ein. Und außerdem ganz unten den Turtle-Mode-Channel und welche Position man dafür haben will. Hier übernehme ich letztendlich einfach die Settings, die ich damals auch in KISS hatte. Das heißt, ich muss an meiner Funke nichts umstellen und mich nicht irgendwie umgewöhnen, sondern ich nehme einfach wirklich exakt dieselben Settings wie in KISS davor. Im FC-Setup-Tab kann man momentan noch nicht, aber später dann den Graph-Type ändern von Quad-X to Y-Format, X8 und so. Außerdem kann man die FC-Orientation da ändern, ein paar MSP-Display-Protokoll-Serials umändern und außerdem die Spannung vom Spannungswandler einstellen. Das ist noch ein ganz wichtiges Setting. Unter dem Reiter EC und Motor-Setup wähle ich das S2M, das ist das neue FAT-Tag Motor-Protokoll plus One-Wire. Die laufen beide dann parallel. Und Prop-Direction ist standardmäßig auf Out und hier kann man eben noch so ein paar andere Settings vornehmen wie Min-Throttle. Die Output-Map kann man verändern, das heißt, welcher Motor an welchem ESC sozusagen angeschlossen ist. Die Motor-Rotation kann man hier verändern, wobei das zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen verpackt war, was die Slow-Startups angegangen ist. Dementsprechend habe ich das dann über den ESC-Configurator gemacht. Und beim Motortest können mit angeschlossenem Akku die Motoren auch nochmal getestet werden, ob die drehen und eben richtig rumdrehen, indem man hier einfach das Yes aktiviert und dann fängt der Motor ganz langsam an zu drehen. Und so können eben ganz leicht die Drehrichtungen kontrolliert werden. Hier natürlich auch dran denken, wie auch schon oben steht, unbedingt die Propeller entfernen, bevor man hier irgendwie was macht. Okay, dann kommen wir jetzt zum OSD-Setup. Wenn man oben auf OSD klickt, kann man hier die einzelnen Elemente rumschieben, so wie man das vielleicht auch aus Betaflight gewöhnt ist. Das heißt, man kann die einzelnen Elemente einfach hier so greifen und rumschieben. Das wird auch sofort in der Brille geupdatet, wenn man das anschauen will. Und kann dann dadurch die Positionierung nochmal ganz genau anpassen, weil hier dieses Feld nicht unbedingt 1 zu 1 von der Größe her passt, wie man das vielleicht in der Brille hat. An sich ist es 4 zu 3, aber vielleicht passt es halt trotzdem nicht zu 100%. Ich glaube, bei mir war die unterste Linie so ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, ich habe das Ganze einfach noch ein Stückchen dann nach oben gezogen am Ende. Wenn man jetzt auf Settings geht und da auf das OSD-Setup klickt, kann man hier die einzelnen Optionen an- und ausschalten, die Position auch nochmal einstellen. Und man kann bei jedem Element dann letztendlich einstellen, ob das Ganze eben linksbündig, rechtsbündig oder mittig zentriert, zentriert heißt das Ganze, benutzt werden soll. Bei OSD-Text kann man eben eingeben, wie der Text unten aussehen soll, was da eben stehen soll. Und inzwischen in den neueren Versionen ist auch eine Zellspannungswarnung dazugekommen und zum Zeitpunkt der Videoaufnahme gab es hier allerdings keine Zellspannungsanzeige wirklich, sondern eben nur die Warnung dann, die dazugekommen ist. Im Signalreiter könnt ihr wie in Betaflight im Receiver-Tab schauen, ob die ganzen AUX-Channels von eurer Funke auch wirklich das machen, was sie tun sollen und ob das Channel-Mapping auch in der richtigen Reihenfolge ist. Das heißt, ob Yaw auch wirklich Yaw ist, Roll wirklich Roll, Pitch wirklich Pitch und Throttle wirklich Throttle. Auch die AUX-Channel, also eure Schalter, könnt ihr hier testen und sehen, was damit passiert. Und außerdem könnt ihr oben auch sehen, ob das richtige Receiver-Protokoll erkannt wurde, was übrigens hier bei der FATEC Alpha-Firma komplett automatisch passiert. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir raus zum Testflug. Bisschen Bobbles. Bisschen Bobbles. Bisschen Bobbles. Default-Pits ein bisschen mehr Propwash als jetzt bei dem KISS-Setup. Aber man muss natürlich immer beachten, dass das Ganze gerade Alpha-Firmware ist. Also von dem her vollkommen verzeihbar, sag ich mal. Machen wir mal einen Dive. Ja. Da war gerade irgendwas, also hier oben. Ja, da bobbelts ein bisschen. Da. Wenn ich oben vom Gas weggehe, nach einem Climb. Das wirkt ganz gut. Die Raids sind ein bisschen schneller vom Gefühl her, auch wenn ich versucht habe, das eigentlich zu matchen. Ja, also die Ford-Pits sind nicht so ganz smooth wie jetzt bei KISS. Aber wie gesagt, Alpha-Firmware, da kann man das erwarten. Aber sonst, wenn ich vom Gas runtergehe, da bobbelts am meisten. Wenn ich straight hochgehe, straight hoch und dann stoppe abrupt auf 0 G. Da hat sie auch gerade nochmal so ein bisschen gewackelt. Dieses abrupte auf 0. Da zappelt sie ein bisschen. Und sonst hier auch in den Drehungen gerade. Ein bisschen. Oh, das ist Wasser. Böse. Mit Alpha-Software. Alpha-Firmware über Wasser fliegen ist nicht unbedingt das Glückste. Mal schauen, was da gerade vibriert hat. Also alles in allem. Dafür, wie early das jetzt in der Entwicklung ist. Taukt mir das schon echt gut. OSD fehlt mir, wie gesagt, oder wie ich auch schon in den Feature-Requests gesagt habe, fehlt mir noch das Individual-Cell-Voltage-Ding. Aber sonst? Respekt, Felix. Ich hatte nicht erwartet, dass es so clean schon fliegt. Schauen wir mal aggressive yaw. Das sieht auch gut aus. Ja, so ein bisschen Bounce-Back. Ja, wenn man, wenn man, wenn man, also alles, was, was mit schnellen Motor-Stops zu tun hat, bobbelt ein bisschen. Aber das hat er, glaube ich, auch schon, ähm, geschrieben, dass er da dran am Arbeiten ist, dass das, äh, besser wird. Okay, bringen wir sie mal rein. Auf ein neues. Ja, da bobbelt sie bei den... Ja, das hat er, wie gesagt, schon... ...gesagt, dass er da dran arbeitet. Das ist gut. Bisschen Bounce Back, mir fehlen so ein paar Features wie Cell Voltage, ich hätte gerne eine Throttle Anzeige im OSD, finde ich immer ganz nützlich zu haben. Ich fand die Größeneinstellungen von dem OSD, was man davor mit KISS Software hatte, also bei der älteren OSD Version, die Größeneinstellungen für die Schriften ganz cool. Jetzt ist alles klein, ich hätte gerne ein paar Sachen wieder größer zum Beispiel, wie die Milliampere Anzeige, also die Milliampere Stunden Anzeige. Die fand ich groß, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber es fühlt sich schön smooth an, sonst, bis auf, wie gesagt, diese... Das da... Ist okay. Könnte deutlich schlimmer sein. Was so Default Topwash angeht. Ja, das Bobbeln ist das, was mich jetzt noch davon abhalten würde, die Firma so wie sie ist jetzt zu fliegen. Weil, holy shit, es fliegt sich halt jetzt schon clean. Um jetzt komplett fair zu sein, müsste man jetzt natürlich anfangen, das Ganze zu tunen. Da hat er ja auch so ein bisschen einen Guide schon gegeben. Ähm... Aber das machen wir dann im nächsten Video, würde ich sagen. Also... Ich muss sagen, ich bin echt schon beeindruckt, was die... die FATEC-Firmware, die Alpha-Version jetzt hier schon kann. Äh, wir bringen es nur rein, weil es jetzt anfängt, echt blöd noch zu regnen sogar. Und... Ich keinen Bock habe, dass der ESC jetzt durchschmiert. Also... Ich bin wirklich schon mal beeindruckt, was die FATEC-Firmware jetzt schon kann. Und... Ich bin sehr gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben und das immer mal wieder austesten, wenn da neue Versionen rauskommen. Und... Euch das Ganze dann zeigen. Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.